Denkpäusche? Ja, das ist wahrscheinlich so etwas wie eine Raucherpause, ja? Also, wenn man dann mal raus ist aus den Geschichten und dann irgendwo mal abschalten will und dann vor die Tür geht und irgendwie auf neue Gedanken kommen möchte. Das ist ein Nickerchen. Na ja, gut, das ist ja praktisch genau das Gleiche, nur halt nicht im Stehen, sondern im Liegen. Musik